Ich bin Florian Neuhaus und spiele in der U19 bei 60 München. Das ist jetzt mein 8. Jahr. Seit der U11 spiele ich schon bei 60. Wir hatten ein Spiel gegen Fürstenfeldbruck. Da waren Trainer von 60. Die haben das Spiel angeschaut und haben mich danach zum Probetraining eingeladen. Nach dem Probetraining haben sie gesagt, dass sie mich gerne haben wollen. Dann habe ich mich mit meinen Eltern beraten und besprochen, ob sie was machen. Dann haben wir ihm zugesagt. Man hat hier Top-Qualitäten und super Möglichkeiten. Es macht schon Riesenspaß und man wird echt gut ausgebildet. Mit der Schule war es ein bisschen stressig, aber es ging auch irgendwie. Seit September mache ich hier eine Ausbildung als Bürokaufmann. Das erleichtert das natürlich alles schon. Es ist nicht mehr so stressig. Ich mache beim Herrn Schellenberg die Ausbildung als Bürokaufmann im Nachwuchsleistungszentrum. Dadurch habe ich verschiedene Aufgabenbereiche. Ziemlich viele Assistenzaufgaben. Ich helfe dem Herrn Schellenberg bei seinen täglichen Aufgaben. Um 9 Uhr beginnt die Ausbildung. In der Früh bin ich dann immer beim LSK-Training. Das sind von den Partnerschulen aus Taufkirchen. Die Spieler, die bei 60 spielen, kommen dann immer in der Früh her zum Training. Das wird dann meistens vom U17-Trainer geleitet. Da dürfen wir als Auszubildender auch mitmachen. Und eben auch die BFDler. Da dürfen wir am Training dann teilnehmen. Dann kommt Mittagessen. Dann Arbeit eben. Ganz normal. Und dann ab 5 Uhr beginnt die Vorbereitung auf das Training. Technik verbunden mit einem hohen Tempo ist eigentlich schon das Wichtigste in der A-Jugend-Bundesliga. Die Spiele sind meistens relativ eng. Und nach einer Niederlage ärgert man sich natürlich schon darüber. Das Ziel ist natürlich auch in der A-Jugend-Bundesliga jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann nimmt es einen schon ein bisschen mit. Man versteht sich einfach mit jedem gut. Man kennt jeden. Und es ist einfach ein großes, familiäres Umfeld der 60. 1, 2, 3. Jeder klappt für den anderen. Erfolgserlebnisse. Alle sind in die Waagspann. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind dein Team. 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 Zusammen erreicht man ja. Wir sind dein Team. Nutz es.